Hey Freunde des Lichts, in diesem Video geht es um COB-LED-Streifen. Was genau das ist, wie sie sich von normalen LED-Streifen unterscheiden und welche verschiedenen Arten bzw. Typen von COB-LED-Streifen es gibt, schauen wir uns in diesem Video ganz genau an. Also, dranbleiben! Wenn das dein erstes Video auf unserem Kanal ist, dann solltest du genau diesen jetzt abonnieren und wenn du das nächste Video nicht verpassen willst, solltest du noch dazu die kleine Glocke aktivieren. Wir klären jetzt erstmal, was sind COB-Streifen überhaupt und sollte dir eins der COB-Streifen besonders gut gefallen, so findest du alle Produktlinks wie immer unter dem Video. So, jetzt fangen wir aber an. Als allererstes mal zur Begriffsbezeichnung. COB steht für Chip on Board und bedeutet, dass viele kleine LED-Chips hintereinander auf einem LED-Streifen angebracht sind. Dabei stehen die LED-Chips so dicht aneinander, dass man schon fast gar nicht mehr erkennen kann, wo eben kein Licht herkommt. Durch diesen Silikonüberzug wird es dann noch homogener, weil es diffus wird und dadurch hat man eben den Eindruck, dass es überhaupt gar keine Übergänge gibt und es wirklich ein durchgehend leuchtender Leuchtstreifen ist. Die Methode hat zusätzlich noch den Vorteil, dass größere Lichtströme in den LED-Streifen reingeschickt werden können und deswegen halt noch stärkeres Licht erzeugt wird, was natürlich zusätzlich zur homogenen Ausleuchtung beiträgt. Neben der sehr guten Lichtausbeute sorgt eben die moderne Kühlkörpertechnologie dafür, dass dieser Streifen optimal seine Wärme ableiten kann. Das ist natürlich für die Langlebigkeit sehr zuträglich, weil je besser gekühlt wird, desto länger halten die Dinger auf. Über die erhöhte Beleuchtungsintensität habe ich ja eben gerade schon ein paar Worte verloren, aber wir haben noch dazu eine sehr hohe Beleuchtungsqualität, nämlich einen sehr hohen CRI, der in der Regel immer über 90 liegt, teilweise sogar bei CRI 95 liegt, also wirklich echt extrem hoch, was bedeutet, dass Farbwerte extrem neutral bzw. realitätsnah wiedergegeben werden. Lass uns kurz einmal drauf gucken, ob man COB-Streifen denn auch kürzen kann. Antwort? Ja! Kann man! Jeder LED-Streifen, also auch jeder COB-LED-Streifen wird an unterschiedlichen Stellen gekürzt bzw. ist an unterschiedlichen Stellen kürzbar. Es gibt überall immer diese Schnittstellen und die kann je nach COB-Typ an unterschiedlichen Stellen liegen. Das Kürzen kann schon nach 5 cm möglich sein oder manchmal nach 10 cm oder eben in anderen Abständen, wie zum Beispiel beim adressierbaren COB-LED-Streifen, da ist es nur alle halbe Meter möglich. Du solltest dich einfach nur informieren, welchen COB-LED-Streifen habe ich und dann dementsprechend kannst du in den Produktbeschreibungen eigentlich immer sehen, wo ist der denn zu kürzen. Die Vorteile von COB-LED-Streifen liegen also auf der Hand. Sie sind extrem effizient und sparen dabei gleichzeitig noch Strom, weil sie eben eine ziemlich hohe Lichtausbeute haben bei gleichzeitig relativ geringem Stromverbrauch. Durch die ganz kleinen Chips sind sie natürlich auch noch sehr attraktiv, aber es gibt natürlich wie bei allem auch ein paar Nachteile und auf die gehen wir jetzt ganz kurz ein. COB-Streifen sind schlicht und ergreifend etwas teurer als ihre verwandten, die SMD-LED-Streifen, aber in meinen Augen lohnt sich das Ganze auch, weil eben höhere Effizienz und eine extrem starke Leuchtkraft. Ein weiterer kleiner Nachteil besteht darin, dass wenn eben ein kleiner Chip auf so einem COB-Streifen defekt ist, dann wird eben der ganze Part nicht mehr zu gebrauchen sein und der lässt sich dann auch nicht mehr reparieren. Man kann natürlich an den Schnittstellen raustrennen und dann wieder verbinden, sodass dann der restliche Streifen wieder zu verwenden ist, aber dieses Segment, was dann schon relativ lang sein kann, das ist nicht mehr zu gebrauchen. Sprechen wir doch ganz kurz über die Anwendungsbereiche und Einsatzmöglichkeiten von COB-Streifen. Im Prinzip sind es genau die gleichen Einsatzbereiche wie bei herkömmlichen LED-Streifen auch. Das heißt also im Heimbereich als Wandbeleuchtung, Raumbeleuchtung, als akzentuierte Ambilight-Beleuchtung kann man sie einsetzen, aber eben auch im Garten, da sollte man natürlich auf die IP-Zahl achten, also mindestens IP 65, vielleicht sogar 67, damit das Ganze auch wind- und wetterfest ist. Aber auch als Arbeitsplatzbeleuchtung sind COB-Streifen nicht zu verachten. Das heißt also in Verkaufsräumen oder eben auch als Hallenbeleuchtung und sogar im Grow-Light-Bereich, also für Pflanzenzüchtung, ist das Ganze nicht uninteressant, kann ich euch sagen und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Worin genau besteht denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem COB-LED-Streifen und einem SMD-LED-Streifen? SMD-LEDs haben eben dieses PLCC-Gehäuse, dieses kleine viereckige Gehäuse, wo eben die LED oder die Technik der LED drin verbaut ist. Und das ist eben bei diesem COB-LED-Streifen nicht der Fall. Da fehlt eben dieses Gehäuse und die ganze Technik ist eingebettet in diesen Silikon-Streifen, der hier on top aufgebracht ist. Und deswegen haben wir eben die Möglichkeit, ganz viele kleine LED-Chips aneinander zu reihen. Das hätten wir hier eben nicht, aufgrund der Größe schon alleine. In unserem Blog-Artikel, den ich dir auch unten drunter in der Beschreibung verlinke, gehen wir noch mehr auf die technischen Unterschiede ein. Aber ich denke, an der Stelle soll es das gewesen sein. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, welche COB-Streifen gibt es denn jetzt? Fangen wir mit den einfarbigen COB-LED-Streifen an. Die leuchten eben, wie der Name schon sagt, nur in einer Farbe. Meistens sind es weiße Farben und da gilt es dann eben noch zu unterscheiden, in welcher Kelvin-Farbe, das heißt also wie kaltweiß oder wie warmweiß, ist eben diese eine Farbe, die aus diesem COB-Streifen kommt. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, ob du einen kaltweißen oder einen warmweißen oder vielleicht einen tageslichtweißen einfarbigen COB-Streifen haben möchtest, dann rate ich dir zu diesem. Das ist nämlich ein CCT-COB-Streifen. Der ist in der Lage, zwischen kaltweiß und warmweiß stufenlos zu wechseln mit dem entsprechenden LED-Controller selbstverständlich. Natürlich wurde auch an die Anhänger der bunten Farben gedacht und deswegen gibt es diesen hier, diesen RGB-COB-Streifen. Da kannst du zwischen 16 Millionen verschiedenen bunten Farben hin und her wechseln, so wie du das gerne hättest. Du wirst es dir schon fast gedacht haben, ja, es gibt auch einen RGBW-COB-Streifen, das heißt also bunte Farben und noch dazu die Möglichkeit, ein reines, wunderschönes Weiß darzustellen und du kannst eben wechseln, je nachdem, was du gerade haben möchtest, zwischen dem bunten und dann auch mal dem schönen Ambient-Weiß, was abends eine schöne Stimmung bringen kann. Was haben alle COB-Streifen, die ich dir bisher gezeigt habe, gemeinsam? Richtig, sie sind analoge COB-Streifen, das heißt also, sie können zwar die Farbe wechseln, von Rot zu Grün, zu Lila, zu was auch immer, aber der ganze Streifen wechselt insgesamt die Farbe und kann nicht irgendwie nur Teilbereiche wechseln lassen. Das ist mit dem hier ein bisschen anders, das ist nämlich ein adressierbarer COB-Streifen in RGB. Da kannst du jetzt also mit Pixel-LED-Controllern arbeiten und genau dieselben Sperenzchen machen, die du eben auch mit adressierbaren LED-Streifen normalerweise machen kannst. Du kannst dann Regenbogen durchlaufen lassen oder eben ganz viele andere Dinge, die man eben mit Pixel-LEDs machen kann. So, und wenn du jetzt noch eine Frage hast, die ich in diesem Video hier nicht beantwortet habe, dann sehr gerne runter in die Kommentare damit, schauen wir uns an und lass uns einfach den Dialog über COB-Streifen weiterführen. Ganz spannend. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao.